Boah, die Lichteffekte sind ja geil. Nicht schlecht, wa? Lauf mal hier lang, ey. Ja, boah. Boah, geil. Ich will mal einen kleinen Moment Pause machen. Ich wollte mir ein Stück Käse essen. Ja, na klar. Na, okay. Dann jetzt sage ich weiter. Na, von mir aus. Ah, sie will das nicht installieren, weil das so lange einfach dauert mit ihrem komischen Laptop da. Wir müssen der Duat weit drüber schreiten. Wir müssen sie zerstören, wo wir können. Ah, okay. Alles klar, ich weiß Bescheid. Moment. Das muss dahin, das muss dahin. Boah. Wo kommen die denn her? Auf Kuh. Ja, kannst du Bomme setzen. Die Spiegel sind der Schlüssel. Nun, da seine Male zerstört sind, haben wir die Dunkelheit gebannt. Kommt, bringen wir Licht an diesen Ort. Na, da kommt. Kann ja was werden hier, ey. Aber diese sind anders. Das ist ein Moment. Ach du schall. Drehen. Kann man das drehen? Äh, warte, ich drehe mal das Ding. Ja. Äh. Ähm, jetzt müsste ich irgendwie so einen anderen Winkel haben. Wahrscheinlich so hier, oder? Warte mal. Ne, ich mach von hinten durch. So, warte. So, jetzt drehen wir. Wunderbar. So, jetzt wird es in dem Grad gleich heller. Ähm, ich glaub, wir müssen mal, äh, ja, Lara Croft zocken. Hahaha, das ist ja geil. Wir schaffen das schon. Ja, wir schaffen das. Boah, ich hab keine Muni mehr. Wie geht denn das da? Hahaha. Was ich? Boah. Das war aber jetzt. Boah. Glück. Ey. Ich schreck hier mit meinem Urlaub hier blöden Scheiß-Tücher. Ich muss mir irgendwas zu tun machen, damit da keine mehr kommt. Boah. Und gebt ihr nicht auf. Ihr wisst, was ihr macht, ist sinnlos. Es ist keine Schande, sich dem Schicksal zu ergeben. Und wir. Es wird sein, eure Niederlager einzustellen. Bitteschön. Boah, geil. Kick mal. Ja, ich hab schon gesehen, Alter. Boah, Hammer. Boah, Gamer, ähm. So ein Gewehr. Okay, ich. Warte mal. Dann mach mal das. Dann mach mal das weg. So ein Gewehr. Ah, das geile Gewehr, Alter. I to bait. Hahaha. Aber auch. Ne, ich nimm aber nicht das Gewehr, weil. Ähm. Ja, ich. 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 Was? Hahaha. Boah, ich mach so. So. Äh. Es bist du drüben. Und wie kommt. Moment. Ich bin überlegen. Ich muss darüber. Da war. Ich muss da rein. Da muss du wahrscheinlich rüberstecken. Springen. Nochmal drauf. Ähm. Blö, blö. Oh Gott. Darüber. Müsst du gehen. Blö. Ja. Was? Geht nicht. Doch, du warst drüben, du willst. Ja, du darfst nicht zu weit gehen. Boah, ist das schlimm, ey. So. Du musst mit dem Kabel weiter darüber. Ja, genau. Da klappt es ja jetzt. Man kann ja hier nicht sterben. Ah, das war echt da. Wunderbar. Boah. Wo bin ich jetzt? Äh, toll. Du solltest da drauf springen, doch. Oh. Oh. Boah. Guck mal. Das war ja wohl knapp, ey. Ja, ich hab's gehört. Wo nicht schon alle? Ja, da ist ja geil. Dreh mal den einen Bobbel da. Ne, den anderen. Ach, ja. Ach, ja. Äh, warte. So. Na, dreh. Alter, dem Bobbel da oben. Warte mal. Ähm, das muss ich anders machen. Ne, die müssen wir jetzt mal zurecht drehen, ne? Na, also. Ähm. Den mal so lassen hier. Warte mal, umschalt. Warte mal, der geht nach da. Ähm. Umschalt. So ein bisschen nach hier. So. Nein, 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 nein. Boah. Den musstest du noch, dass der nach da oben geht machen. So. Dass der so ist, dass der so ist, vielleicht. Ähm. So. Ne, warte mal. Das geht nicht. Moment. Ich hab das gleich. Kannst du mal irgendwo still stehen bleiben? Ja. Weil ich muss mir die, 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 die Dinger hier angucken. Okay. Nein. Ähm. Ich muss die Kuh drücken, damit die Bum macht. So. Ist das hier der Tom-Räder, äh. Ist das alles? Experte? Ne. Auf jeden Fall müssen wir hier, wo du stehst, müssen wir durchkommen. Warte mal. Wollt ihr doch gehen? Weil der hier nervt, irgendwie. Nervt beide. Und Start nehmen und hier so rein rollen. Ich glaub das so. Hm. Machen wir gleich. Einen Moment. Wenn die erstmal so. Dann müssen wir sie wegmachen. Boah, das ist aber auch bummelig, ne? Hm. Ah, geil. Also da kommt auf jeden Fall nicht durch links, äh. Also da ist schon richtig, so hier. Ja. Der muss da rein. Erstmal einstrahl. Aber dann muss der wieder raus. Und muss da rein. Ja. Wie soll das denn funktionieren? Ist wie Portal, ey. Immer wieder. sanct. Ha. Hm. 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 das hat er uns aber eine aufgabe gegeben aber irgendeine wand weg macht ja da müssen wir mal fummeln warte mal das geht noch da du kennst doch das haus vom nikolaus wie man das so aufmalt so ähnlich müssten wir das machen das sind drei stück kann der strahl auch steuern an der wand neber nein so Oh Gott, ey. Oh. Man darf sich mit dem Strahl nicht treffen. Boah, 37.850 und ich hab grad aber 6200, hallo? Egal. Wie musst du denn den Strahl setzen, irgendwo drin? Warte mal, ähm. Das hier wäre schon mal optimal. Ja, man muss den Strahl leiten, irgendwie, äh. Wenn ich einen Ausgangspunkt sehen würde, wäre das ja geil. Ja, aber irgendwie... Ja, halt mal, das muss... Der geht doch da ran. Der steuert nach oben. Ja, aber der da muss wieder zurückkommen, ne? Da reinzugeben, ja. Oh Gott, der Strahl muss Dauer, äh, Dauer an sein, dass man nicht irgendwie rausfindet oder so. Ja, dann mach mal, aber ich hab nicht so viel Energie. Voila. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott. Jetzt haben wir da nur noch einen. Ja, lass mal so. Warte mal. Und jetzt mach ich von dem... Von da aus, oder? Von dem hier vielleicht... Von dem hier vielleicht runter. Guck mal, ob das klappt. Kannst du die Schüssel mal da wegmachen? Sonst treffe ich die Schüssel genau. Kannst du durch die Schüssel durch? Nee, probier mal. Geht nicht, ne? Durch die Schüssel durch, komm. Oder was immer, doch, geh jetzt, ich doch. Na, fachducht. Geht schon wieder so eine scheiß Granate gelegt. Oh. Hey. Cool. Stopp. Zurück. 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 Guck mal, wo der Strahling geht. Geh mal vor, wieder. Vor. Nein. Ja. Guck mal, wo der Strahling geht. Das ist mal geil. Jetzt muss das nur noch umlenken. Ähm. Ja. Ja. Guck mal. Ja. Wie der eben tat ist da. So. So. Der darin. Ja. Und der, der muss ihn sehen sollen. Ja, ja, ja. Und der muss jetzt nur noch hoch. Ja. Und den muss ich einfach drehen jetzt nur noch. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020